Vorbeugung wird in Zukunft noch wichtiger. Angeschlagenes Gesundheitssystem führt heute schon dazu, dass die Kosten für medizinische Versorgung mehr und mehr auf den Patienten abgewälzt werden. Das heißt für sie, Medikamente und medizinische Leistungen werden für sie immer teurer bis unbezahlbar. Gar nicht erst krank werden, das ist die günstigere Alternative. Erholung Bioterik hilft Stress und Extrembelastungen entspannt zu meistern, auch am Arbeitsplatz. Bioterik erlaubt den nötigen Ausgleich zum Alltagsstress. Für 45 Minuten einfach mal abschalten und entspannen. Bioterik wirkt im Verborgenen und ist absolut natürlich, schonend, angenehm und völlig ungefährlich. Für Manager, die viel auf Reisen sind, gibt es auch eine einfache Lösung für unterwegs. Ausgewählte Wirkungen Tiefenentspannung Schnelle Erholung Erfrischt für den Tag Stressabbau Erholung wird immer wichtiger. Die Gesellschaft ist geprägt durch Leistungsdruck, Hektik und Zeitmangel. Die Welt dreht sich immer schneller, wer mithalten will, muss flexibel, gut organisiert und belastbar sein. Schnell bleiben soziale Beziehungen, Freunde und Partnerschaften, und die eigene Freizeit auf der Strecke. Zunehmend sind viele Menschen am Arbeitsplatz überfordert oder haben keine Berufsperspektive. Die Nahrungsaufnahme erfolgt nur auf die Schnelle zwischen Tür und Angel. Klar, dass dieser Lebensstil nicht auf Dauer aufrecht gehalten werden kann. Permanenter Stress zehrt an der körperlichen und mentalen Belastbarkeit bis er sich in Krankheiten, Antriebslosigkeit oder Burnout äußert. Wer nimmt sich denn schon eine Stunde Zeit am Tag um die Beine hochzulegen und einfach mal nichts zu tun? Wie steht es mit Ihnen? Die meisten Menschen sind so stark von den gesellschaftlichen Zwängen geprägt, dass sie eine Ruhephase für verschwendete Zeit halten. Wenn die Zeit knapp ist, wird immer als erstes an der eigenen Freizeit gespart. Immer mehr Aufgaben sollen in kurzer Zeit bewältigt sein, häufig werden mehrere Aufgaben parallel erledigt. Dieses Multitasking stellt für den menschlichen Organismus einen ungeheuren Stress dar. Ich komme jetzt seit fast zwei Jahren zu Ihnen. Als ich zum ersten Mal zu Ihnen kam, hatte ich kurz zuvor einen Bandscheibenvorfall. Und der Orthopäde und der Neurologe hatten befürchtet, dass ich mit einer Lähmung im Lippen weitrechnen müsste. Davon ist nichts eingetreten. Ich bin völlig schmerzfrei. Ich kann ohne Beschwerden 15, 20 Kilometer marschieren. Außerdem hatte ich einen Herzinfarkt und aufgrund der Katheteruntersuchung sollte ich eigentlich drei Bypässe bekommen. Aber da ich dieses Gewicht, das der Chirurg dafür vorschrieb, nicht erreichen konnte, habe ich mich in ihre Hände begeben. Und auch auf diesem Gebiet habe ich eine ganz merkliche Verbesserung erzielt. Wie ich schon sagte, kann ich beschwerdefrei längere Verhandlungen unternehmen. Obwohl nach dem Herzinfarkt ein Zugang ganz geschlossen war und zwei Zugänge stark verengt waren. Aber offensichtlich hat sich durch die Behandlung hier der Zustand auf keinen Fall verschlechtert, eher verbessert, sodass ich eben schmerzfrei, beschwerdenfrei mein Leben gestalten kann. Ich spüre hier eine sehr wohltuende, angenehme Wärme. Ich fühle mich sehr leicht. Ich fühle mich überhaupt frei. Auch meine Gedanken sind frei. Ich sehe sehr angenehme, warme Bilder, fließende, warme Töne. Ich fühle mich entspannt, wohltuend, ruhig und ich werde angenehme Wüte.